Alli, hallo und herzlich willkommen bei Pineview Drive. Ich bin der Baume und ich habe die Trollen dabei. Hallo. Das hat sich gereimt. Das ist schön, lass doch schon mal vor. Ich kenne da mal umschlub. Das Spiel wurde gespeichert. Es ist schon wieder Gewitter. Ja, 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 ja. Du machst auch brav Pause dann bei dir im Spiel. Oder stehst jetzt AFK in der Gegend rum und lässt dich erschrecken. Ja, es ist Gewitter. Der Bildschirm, der Bilddramen hat geleuchtet. Was macht man denn heute? Schön, schön. Ich weiß nicht, ich würde mal nach der Vogelscheuche gucken gehen. Ach, Liebling, ich würde sagen, du gehst schon mal in die Küche. Bereitest schon mal einen Schnitzel vor. Ich gehe noch mal nach draußen. Es ist Sturm. Die Vogelscheuche muss gerade stehen. Nicht, dass jetzt die Krähen kommen bei dem Wind und Blitzen. Jetzt sitzt da noch der Clown ist wieder da, wo er hingehört. Du kleiner quietschender Bastard. Trollen-LP digitiert zum Trollen. Ich weiß, dass... Was? Hallo, ich danke fürs Trollen, ich. Und willkommen in der Schublade an mich selbst. Ist das die Zukunfts- oder Vergangenheitstrollen? Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ich bin weg. Halt, 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 Hans, der Hupen-Clown. Was? Was? Hans, der Hupen-Clown? Wo? Hans, der Hupen-Clown. Drück doch mal... Was? Drück mir doch bitte auch mal die Hupe, sonst muss ich dich wohl wirklich spontan mal knuddeln. Kappa. Dankeschön. Hans, der Hupen-Clown hat bei dir gespendet? Ja. Der Hupen-Hans. Und zwar genau in dem Moment, als ich bei ihm verpasst war. Ah. Ihr gebt dem Spiel eine seltsame Meta-Ebene, hört auf damit. Die Vogelscheuche ist noch da. Die steht da noch. Ich hab grad geguckt. Sicher, dass es nicht wegen der CPU ruckelt? Ja, es ruckelt nicht wegen der CPU. Ich hab das hier. CPU ist auf 60%, RAM ist auch auf 60%. Das ist alles kein Ding. Bei mir ruckelt es wirklich wegen dem Internet. Ich seh das auf so einem Balken, der ist die ganze Zeit rot und... Tja, tut mir leid. Besser wird's leider nicht. Auf YouTube kann man's dann ein bisschen besser sehen dann. Die Lags nehme ich nicht mit auf. Ab Dezember hab ich wieder besseres Internet. Momentan hab ich, glaub ich, das gleiche Internet wie im Pineview Drive. Gar keins. Kinder lachen. Lachende Kinder lachen nicht. Ich renne einfach mal eine Weile random durchs Haus, bis er mir sagt, hm, es ist Gewitter, ich muss nach draußen gehen. Ich glaube, da stand grad eine Vogelscheuche am Fenster. Im dritten Stock. Pssst. Alter, jetzt komm ich mit der Hand dagegen mein kaltes Bierglas. Da erschreckt mich. Sollte das aber nicht Sinn des Guinness, dass ich mich davor erschrecke, verdammt. Sicher, dass das Guinness nicht voll mit Ektoplasma ist? Halt die Klappe. Deine Mutter ist voll mit Ektoplasma. Sie hat gesagt, das ist Teil ihres Jobs. Oh Gott. Da ist grad jemand in das Zimmer gegangen vor mir. Ich geh hinterher. Das hatte ich doch vorhin auch. Ich geh einfach hinterher. Ich geh einfach hinterher. Und da sind Batterien. Cool. Ich lass sie hier mal liegen. Vielen Dank. Okay. Kinder machen wird langsam voll grausam. Das ist langsam kein amüsiertes Kinder machen mehr. Das ist langsam ein bisschen verzerrt. Das war jetzt, das war auch neu, ne? Das war neu und lauter als sonst. Glaube ich auch, ja. Oh Gott, ich will nicht durch den Fass da rausgucken. Was mache ich denn hier? Okay, ich guck mal durchs Fenster raus. Ich bleibe immer an dir. Die Musik ist auch anders. Ich schieb mich denn hier rum? Ich hab mich verlaufen in diesem Haus. Ist hier grad ein Geist mit reingegangen und hat mich zur Seite gedrängt. Die Geister haben ne Hitbox? Finde ich ja geil. Oh, scheiße, ich geh jetzt raus in den Hof. Oder? Ich will gar nicht raus in den Hof. Ist das Schiff noch da? Fliegen die Gargoyles jetzt wieder? Sehe ich das irgendwie? Ich starr jetzt mal ne Weile aus dem Fenster. Liebe Zuschauer beim Baume, nicht, dass ihr euch wundert. Ich starr jetzt aus dem Fenster und gucke, ob ich die Schatten von Fledermaus schwingen auf dem Boden sehe, wenn es blitzt. Ach nein, ich glaub die Gargoyles sind jetzt wieder zu Stein geworden. Oh mein Gott. Was ist, was ist, what? Was ist, what? What, what in the butt? Ich seh Fußspuren. Nein. Wo? Wo? Vom Clown aus. Was? Was? Oh Gott. Ich mach das alles weg. Gott. Gott. Vor allem, wenn du mir das sagst. Ja, das, was sich in meinem Kopf abspielt, ist tausendmal schlimmer als alles, was jetzt gleich im Spiel passieren wird. Ich hab's gesehen, man sieht die nur bei Blitzen. Mhm. Boah, fuck. Oh, fuck. Die gehen in die Ecke. Da liegt er. Da liegt er. Aber der ist eigentlich, das ist doch eigentlich netter. Wenn der uns, wenn es seine Fußspuren sind und der legt uns da einen Schlüssel hin, der will doch, oder? Wir sollen jetzt dann Falle tappen. Boah, der Voodoo-Raum. Kommt in mein Spielzimmer. Der Voodoo-Raum? Es gibt einen Voodoo-Raum? Ich schwör dir, ich hab den Voodoo-Raum gefunden. Echt? Fucking shit, wo waren wir denn noch nicht? Bist du irgendwo oben oder im Erdgeschoss? Das ist noch Erdgeschoss hier. Okay, ja, ja, ja. Voodoo-Raum trifft's total. Takatuka-Raum, könnte man auch sagen. Das klingt nicht ganz so gruselig. Oh, shit. Kleine Taschenlampe brennen. Okay, aber warum soll ich denn jetzt... Ich hab den Schlüssel schon... Warum soll ich denn jetzt hier rein? Das bringt mir ja gar nicht. Schlüssel? Was? Oh, zweiter Raum, ja. Du hast recht. Was? Hier? Hä, dafür war der Schlüssel? Ja. Ach, da liegt ne Seite. Habt man gar nicht gesehen mit dem ganzen Pergament. Alter, das guckt mich an. Was? Das guckt mich an in diesem Raum. Hallo, Bakai. Oh, je, je. Und hallo, Neo. Ach, da liegt eine, ja. Hallo, alle, die neu dazugekommen sind. Hast du es gefunden? Ja, ich hab's gefunden. Oh, fuck, ich hab's schon draufgeklickt, sorry. Gestern Nacht fing die alte Spieluhr von alleine an zu spielen. Ich versuchte sie abzustellen, aber es ging nicht. Sie spielte einfach immer weiter. Okay. Okay. Und jetzt ist sie weg. Tag. Nee, nee, sie ist noch da. Das ist egal. Part vorbei. Wie viel der Tag haben wir? Zwei müssen wir noch machen, ne? 19. Tag 19 hat gerade... Huhu. Hans, der Hupenclown, wer gewolltetigt? Fünf Euro. Ja. Das war ja ganz garsch, Digga. Natürlich bin ich nett. Ich will nur spielen. Ja, ich sag das eigentlich. Eigentlich ist es ein netter. Voll netter Hupenclown. Dankeschön. Dankeschön. Alien Isolation ist zur Hälfte durchfinanziert. Yeah. Mensch, hättest du früher was gesagt? Ich hätte eine Kiege gehabt. Dann hab ich mir das selber geholt. Und werde es wahrscheinlich nicht spielen. Ich hab's mir ja schon geholt. Ich hab's mir ja schon geholt. Das Geld ist ja bereits ausgegeben. So ist er nicht. Aber man kann ja quasi... Ja, ja. Ist rückwirkend wieder... Weißt du? Ein. Geld ist halt Geld. Ja. Geld-Dinge. Gut. Liebe YouTuber, ihr merkt, wie das läuft. Bis zur nächsten Folge, ne? Börsing. Ob die YouTuber auch Pausen zwischen den Folgen machen? Man weiß es nicht. Manche vielleicht. Vielleicht machen sie es aber auch einfach. Die merken, okay, jetzt muss ich mal Pause machen. Drücken auf die Leertaste und gehen. Woppa. So. Ich hoffe, ich hab... Tschüss, ne? Nächstes Lied.